Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit meiner Schwester. Hallo. Und wir machen den, wie heißt es, Backword Challenge oder so heißt es? Backword. Genau, da sucht sich jeder ein Wort aus und der jeweils andere muss dann halt das Wort im Kopf umdrehen und der andere zeichnet es dann mit seinem Handy auf, mit so einer App und spielt es dann rückwärts ab. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Wort haben, dann müsste es sich richtig anhören, also wie es eigentlich ist. Das werdet ihr dann schon verstehen. Wer fängt an? Fliegerflug. Okay, das Wort ist Fußball. Ja, okay. Lapsuf. Fußball. Das hört sich richtig behindert an. Eichhörnchen. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, Alter. Eichhörnchen. Okay, mach. Nechner. Hörnchen. Was? Das ist Eich vergessen. Okay, jetzt bin ich dran. Frankreich. Okay. Hier, Knauf. Frankreich. Das ist halt so voll schmitzerte, Jan. Ich will es. Zählt jetzt, oder? Naja, leeeeee. Doch. Okay, dafür kriegst du jetzt ein leichtes Handy. Also ganz einfach. Okay. Okay, ich würde sagen, zwei, eins. Ich wollte eigentlich auch kurz Handy nehmen. Da freue ich mich ja drauf, wie du das sagst. Tisch. Ich. Okay, fertig. Shit. Ich. Das ist unser Lachen am Anfang. Labyrinth. Oh, was? Labyrinth. Bist du verrückt? Das ist eigentlich voll einfach. Okay. Nie rüber. Labyrinth. Ohhhh. Hä, wo ist das T in? Das würde ich sagen, zählt nicht. Ja, doch. Na gut. Mein nächstes Wort ist Heizung. Heizung. Okay. Gnutzheige. Ja, so. Das Geräusch am Anfang. Oh mein Gott. Mega feil. Fernbedienung. Wat? Oh, Fernbedienung. Oh Gott, hör auf. Okay, ich hab's. Gnuidreferion. Fail. Oh. Ja, dann war... Okay, dann mach ich jetzt nochmal was leichtes. Schweiz. Schweiz. Zeifsch. Schwerst. Ja, fail würde ich sagen. Kathedrale. Oh, was? Hast du grad... Illa drehdrack. Stachnirr, dalle. Ne, schien. Hä? Das war ja mal mega fail. Jetzt ist noch eins, oder? Woh-nung. 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 Okay. Gnu-no. Woh-nung. Es ist Woh-nung. Es ist nicht Woh-nung. Ähm... Ja, aber es ist halt nur falsch für Ton. Das war die ganze Zeit schon. Ja, den Gewinner wissen wir jetzt nicht ganz genau, wie ihr... Ja. Was? Nein, wir wissen es nicht ganz genau, aber wir haben ja zum Glück den Videobeweis. Das werde ich dann einfach nachher beim Schneiden hinten noch einblenden. Jo, Leute, das war's wieder mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, wenn's euch nicht gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so wart bei dem... Ihr hättet ja mitmachen können, so ein bisschen bei euch. Ihr hättet zwar cheaten können, aber... YOLO! Hier kommt ihr zu meinem letzten Video mit meiner Schwester, also dem... Ja, so ist das, Video 6 oder so war das ja. Äh, und hier zu meinem letzten Video überhaupt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao! Out!